Hallo alle zusammen, diesmal soll es um die Seeschimmer Maiglöckchen gehen, die wir dafür brauchen, um Forina zu verbessern. Ich wollte euch ganz gerne zeigen, wo man die farmen kann. Und zwar können wir davon 78 Farmen und 15 einmalig kaufen. Ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mit dem Kaufen an. Einmalig, das befindet sich vorne in der Höhle. Dafür müsst ihr allerdings die Nebenquests komplett erfüllt haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die holen. Also ich hole die extra nicht, die gehören nicht zur Farmenroute. Denn diese einmalige Kaufsache, das macht man nur einmal. Diejenigen, die das schon gekauft haben, sputen einfach vor, bis zur Farmenroute. und gut ist. Die einmaligen, die gibt es hier halt bei der guten. Wie gesagt, ich poste euch die ganzen Quests, ich meine es sind drei oder vier, die man dafür durchspielen muss, damit sie hier auftaucht. So, dann holen wir uns die 15 einmal. Einmalig, alles klar. Wenn wir das gemacht haben, fängt auch schon die Farmenroute an. Und zwar, wir fangen an dem Teleporter an. Dort befinden sich direkt, ich sag mal, am Teleporter drei Stück. Eins, zwei und der dritte. Dann geht's direkt in die Richtung. Dann müssen wir einmal hier hin. So, am besten fallen lassen. Dann geht's auch schneller vorwärts. So, hier befindet sich ebenfalls drei. Und dann gehen wir einmal da hoch. Wo kommst du denn her? Den gab's vorher nicht. So, dann geht's hier hoch. Und dann holen wir uns hier nochmal drei. Und da vorne. So, wenn wir hier durch sind. So, wenn wir hier durch sind. Dann gehen wir hier rüber. Dann laufen wir zu der Challenge da vorne. Also, hier sind auch drei Stück. Wenn wir die haben, geht's einmal wieder zurück. Übrigens, wenn ihr das hier nicht durchgespielt habt, also die Quest davor, dann sieht das heute bei euch ein bisschen anders aus. Hier sind zwei. Dann geht's ja weiter. Hier haben wir auch nochmal drei Stück. Dann bauten wir wieder zurück. Dann bauten wir wieder zurück. Und laufen in diese Richtung. Zu dem kleinen See, der da vorne ist. Hier finden wir wieder drei Stück. Na. Oh. Da. Okay. Ach, jetzt ist es okay. Hab ich fast nicht aufgehoben. So, jetzt wird's schon. Da wurde ich leider unterbrochen. Telefon, aber egal. So, weiter geht's. Wie ich schon sagte, hier wird's interessant. Weil hier an der Stelle relativ viele sind. Und zwar hier vorne zwei. Dann geht's da rüber. Hier haben wir wieder zwei. Dann in die Richtung. Dann da hin. Okay. Okay. Das sieht gut aus. Dann nochmal überprüfen, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. So. Hier nochmal zwei. Dann hier an der Stelle müsst ihr aufpassen. Hier gibt's ziemlich viele. Und zwar an diesem Baum. Vier Stück. Dann gehen wir zum nächsten Baum. Hier gibt's drei Stück. Und dann geht's hier rüber. Mach mal zwei. Dann hier hin. Und dann hier. Okay. Also. Erster Baum vier. Zweiter Baum drei. Zwei. 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 Okay. Dann laufen wir einfach nur hier weiter. Da. Hier befindet sich ein einzelner. Dann hier vorne wieder zwei. An dem Baum finden wir wieder drei Stück. Und hier drüben sind's nochmal drei. Dann geht's hier rüber. Okay. falsche Richtung. Alles klar. Ja. Also mit tauchen geht's schneller. Zwei. Dann weiter hier hin. Wieder zwei. Einzelne. Dann da hinten nochmal ein einzelner. Und nochmal einer. So. Und damit werden wir hier durch. Jetzt geht's rüber. Nicht rüber. Sondern zum selben Teleporter wieder. Und wir laufen in diese Richtung. Zu diesem See hier. Das war eine. Genau. Hier waren zwei. Und hier vorne nochmal einer. So. Das wär das gewesen. Dann bohrten wir einmal hier rüber. Und messen hier vorne an dem kleinen See wieder. Wir noch mal zwei. So. Okay. Dann geht's nochmal hier rüber. So. Ja. Wenn ihr hier den richtigen Winkel nehmt. Könnt ihr hier hochlaufen. Braucht ihr nicht klettern. Okay. Das wird der. Und hier über den. Nummer zwei. Vorn hier. Äh. Geht's. Zum letzten Teleporter. Und hier. Wir finden sich nochmal zehnmal. Ich war das. Insgesamt. an der Stelle haben wir drei Stück. Dann. Gehen wir zu den beiden. Dann geht's zu den drei. Und hier vorne die letzten beiden. Und hier. Es müsste es gewesen sein. Ist eigentlich. Ja. Relativ. Einfach. Ja. So. Wir haben. 93. Wie ich schon sagte. 78 können wir fahren. Und die. 15 einmalig kaufen. Und das sind. Genau die. Die wir jetzt hier haben. Ist klar. Schön. Ich danke euch fürs zuschauen. Sagt. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.